Möchten Sie einen erholsamen, entspannten und gleichzeitig außergewöhnlichen Urlaub erleben? Dann besuchen Sie die Schweiz. Erleben Sie die Schweizer Gastfreundlichkeit inmitten der einzigartigen Natur der Schweizer Alpen. Historische Gebäude zieren das Stadtbild der Großstädte Zürich, Basel und Bern. Fahren Sie mit Ihrem Mietwagen über die Rheinbrücke, um nach einem aufregenden Tag Basel bei Nacht zu genießen. Die Hauptstadt Bern bietet für jeden Geschmack das Richtige. Die einzigartige Altstadt umspült von der Are glänzt durch die gut erhaltenen Bauwerke wie die Zydglogge und den zahlreichen Figurenbrunnen. Das Großmünster und die Wasserkirche erwarten Sie in Zürichs Altstadt. Von hier aus erreichen Sie mühelos den Zürichsee. Fahren Sie sicher auf den Straßen der Schweiz mit einem Mietwagen von Auto Europe. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.autoeurope.de